Schlüssel genug, um reinzugehen, hätte ich ja. So, jetzt muss ich mal kratzen im Auge. Intensiv gekratzt. So, es blutig zwar ein bisschen aus dem Auge, aber das ist ja normal. Hat man öfters. So. Was ist denn ein grünes Glibberzeug, dass mein Auge kommt? Ne. Was? Ach, da unten. Schwer zu sehen. Die möchte ich jetzt nicht kuscheln. Scheiße. Fulle. Ach, hallo. Läuft's doch wieder. Ich weiß nicht, was gut ist. Wir laufen alle Pilze mal kaputt und wir hoffen, dass wir Schaden bekommen. Danke. Das war genau meine Intention. Danke. Das macht aus den Gegnern scheiße. Auch nicht unbedingt das tollste Item. Oh nein, man kann es nicht bei Bossgegnern benutzen. Ach, wirklich. Ach komm, schmeißen wir auf den Geld in den Automaten. Kriegt doch eh heute nicht, wie gut es in den Shop. Black Candle, hey. Die schützt so Flüchen, wenn man sie bekommt. Das finde ich gut halt. Ich kann nichts kaufen, also kann ich auch drüber laufen. Ich könnte mal testen, so. Und jetzt haben wir Scheiße. Funktioniert nicht bei Bossgegnern. Und ich glaube auch nicht bei den fetten Veteran-Divite-Champion-Boss super übergegnen. Aber hey. Hauptsache, wir haben es mal. Ich muss weg. So. Ich habe den Herd noch angelassen. Ich bin gerade ein. Das wäre schön, wenn ich die Gegner wirklich mal sehen würde. Ich mache mal das hier. Du würdest jetzt bitte mal sterben. Vielleicht ist er verbunden. Da unten. Verbunden da unten. Was? Nein. Ich finde es irgendwie falsch. Das ist Absicht. Das ist so. Würde es richtig klingen, würde ich es nicht holen. Kannst du nicht von mir sagen. Haben mich mal wieder außerirdisch entführt, wenn es richtig klingt. Ich denke, dass wenn ihr ständig von außerirdisch entführt werdet. Die wollen über die ganze Nacht Sex mit mir haben. Ich hasse diese außerirdischen mit ihren 16 Brüsten. Das ist voll nix. So. Hm. Das wäre sehr anspruchsvoll. Sehr Wahnsinn. Also. Ich kann jetzt gerade wenig reden, weil der Boss meine volle Aufmerksamkeit. Halt will. Das ist schon nicht so einfach, ne? Da muss er schon einiges an die Potenzation mitbringen, ne? Sonst geht man da einfach unter. Ich mag die Version von ihm. Die macht immer so wenig. Peebles Hill Generation. Ich geh lieber runter. Bis es wieder hell wird. Dass es wieder hell sein kommt. Besten Dank. Ich bin mir gar nicht sicher. Hat man auch leicht auch die Flüche? Oder war das nur auch schwer? Soll ich? Das hat sich ja fast schon gelohnt, dass wir die Schaden genommen haben. Fast schon so ein bisschen. Ich hasse die Viecher. Würde ich gerne zur Scheiße machen. Mein Scheiße-Macher ist nicht bereit. Tschüss. Das war jetzt nicht meine Absicht, aber okay. Ist das wieder so eine Full-Helf? Nein, das ist eine Lemon-Part. Ach, komm. Ich hätte es mir lieber für den Boss aufheben sollen. Ich weiß. Wie ist der Kusch? So. Ach, ich kann ja auch einfach kaputt treten. Was mache ich denn wieder? Habe ich ganz vergessen schon wieder. Habe ich das mit? Habe ich das mit? Jetzt habe ich gerade die falsche Tastische wiedergelegt. Warum? Da muss ich doch drücken. Hm. Ne. Was macht die Pille da? Bombs-Aki. Hm. Diskutable Ange-Wahl. Diskutabel. Hier muss ich eine Bombe legen. Naja, dann kommt hier wieder mal. Ich will. Oh, noch eine Lenden-Party. Jetzt geht die Pille aber so richtig ab. Ha, ha, ha. Schlüssel. Perfekt. Damit hat sich die... Hier ist einfach alles kaputt. Das macht den Raum auch deutlich einfacher. Jetzt müssen wir neue Wege bauen. Neue Wege. Neue Wege sind es hier. Neue Wege sind es hier. So vorlaut hier, ja? Ich habe nämlich... ...grüne Tränen. Die sind radioaktiv. Neue Wege sind es hier. Nein, wenn sie leuchten... ...und ich den Dunkeln... ...also... Ach, legt mich. Ich weiß gar selbst, wie worauf ich hinaus wollte. Was ist das? Bombs-Aki. Hat sich jetzt fast schon gelohnt, aber... ...so, was haben wir hier noch drunter? Schaden. Ich bin ja ein Freund von Schaden. Ich bin der Meinung, jeder soll den Schaden haben. Deswegen habe ich auch einen ganz grönen. Extra. Weißt du, gehst du? Gehst du kurz? Ich habe eine Aufladung für mein... ...Dingenskill. Mein Ball. Äh, mein... ...mein Ball. Ne, ich werfe... Ich werfe jetzt keine Müsse mit dir. Oh, hallo. Jetzt könnte ich doch nochmal in den Shop gehen, ne? Ja, laufe ich in meiner Lämmepartie. Besten Dank. Beschissenes HP ab. Gehe ich weiter runter, oder? Ach komm, geh mal runter. Hoffen wir einfach, dass der Shop nichts mehr Gutes hat. Ich hätte nachschauen können, ich hatte genug Schlüssel. Warum mache ich das? Was bekomme ich? Stärke. Ich muss jetzt einen anderen töten, damit ich dich töten kann, ne? Ich wüsste, wo der andere ist. Da ist der andere. Neh, mal Kusch. Danke, Fliegenarmee. Das ist voll realistisch, wie in der Realität. Ich kann den immer noch nicht treffen. Ach komm schon, weil ich da noch töten muss. Das ist wirklich. Ach komm, sterb halt einfach. Nein, natürlich nicht. Ist das Mistvieh? Wo ist das Vieh? Da unten ist es. Da unten will es hin. Das blocken mich natürlich die Fliegen vor dem Fliegen. Danke, weg. Jetzt aber, oder? Ja, jetzt. Jetzt kann ich dich töten. Ach, wirklich. Das ist doch voll für den Arsch. Tschüss. Geh, push. Jetzt geh schon. Ach, komm schon. Ich hasse es. Jetzt will ich mal sterben. Danke. Aber es ist so schwer. So ganz einfach. Ich wollte doch nur, dass du stirbst. Hallo? So, und da drin ist... Scheiße. Okay, könnte schlimmer sein, aber... Prinzipiell ist das jetzt auch nicht toll, ne? Was ist da drin? Und ja, aber Fässer kann nicht auflaufen. Will ich aber nicht. So, was haben wir hier noch so? Herzen. Nein, Münzen. Ich habe jetzt auf Herzen. Münzen. Und ne Bombe. Und noch ne Münze. Und ne Bombe. Immer noch die gleiche Bombe, aber als ich sie noch nicht aufgesammelt habe, muss ich sie noch mal erwähnen. Das ist Gesetz. Kein nichts gegen tun. Ich laufe euch um euch rum. Oh, ich sollte vielleicht mal in die richtige Richtung schießen. Ach, das ist auch überbewertet. In die richtige Richtung zu schießen ist völlig überbewertet. Äh, wo lebt denn jetzt noch einer? Da. Was erwartet es in dem Shop? Gried. Nein, das sieht nicht aus wie Gried. Vielleicht hat er sich auch getarnt. Klar, warum nicht? Ein paar Herzen. Kann ich immer gebrauchen. Die Karte kenne ich doch irgendwo her. So, jetzt hätte ich gerne noch einen Devil-Deal mit irgendwie Schwingen oder sowas. Oder Brimstone. Oh. Und Gubi Set. Oh. Ne, Moment. Nicht Gubi Set. Tummy Tim. Moment. Ne, Tummy Tim. Das andere Ding, was so der Damage macht. Die Musik ist gerade so spannende. Nein, ist nicht. Oder ich bin auch nicht spannend. Geht weg. Ja, flieg in die Stacheln. Au. Okay, ich habe mal ein paar Herzen. Da kann ich mir das schon mal erlauben. Ab in die Stacheln mit dir. Bin ich die Stacheln. Was sollt ihr in die Stacheln? Die Mistviecher, Alter. Ready, Fly. Nö, die Scheiße möchte ich nicht mitnehmen. Ich habe schon den Schlüssel. Kann man jetzt auch schon mal riskieren mit dem Schlüssel und dem Fuß, dass man Pillen nimmt, die man nicht kennt, auch ohne... ...better Pill-Dring. Moment. Äh, was? Was war das jetzt? Was habe ich getan? Ich habe ja noch genug Räume. Achso, ich bin vom Feuer angezündet worden, natürlich. Nein, in Super Seeker darum kommt man nicht. Okay, ich war mir nicht mal ganz sicher. Dann verwechsel ich das eventuell mit einem anderen Item. Und tschüss. Tschüss, Nikoski. Ja, assi. Äh, was? Äh, sie sind voll geklaut, Alter. So, ja, das habe ich. Dann habe ich nicht. Doch, teilweise. Manchmal. Manchmal habe ich es geklaut, manchmal auch nicht. So. So, tschüss. Wobei mag ich den doch, aber, nee. Bleib lieber bei Glück. Ich habe lieber Glück, als dass ich einen Kreiss schießen kann. Nein, ich war doch. Nein, ich war doch. Ach, komm schon. Das Spiel ist verpackt. Das Spiel ist verpackt. Ja, guckt euch an, was passiert ist. Ist voll der Bug gewesen. Jeder, was anderes sagt, hat keine Ahnung vom Spiel. Wollte ich noch mal in den Shop? War da was Gutes? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir jetzt halt echt nicht sicher, ob noch was Gutes im Shop war. Ich hätte 15 Münzen. Ich weiß aber nicht mehr, ob was Gutes im... Scheiße. Soll ich mir das vielleicht merken. War ich überhaupt im Shop? Ja, ich war im Shop. Ich weiß aber nicht mehr, ob was Gutes drin war. Ich geh in den Shop. Geh mal nochmal hin. Wir haben ja Zeit. Weil ja, das dauert ja nur 5 Stunden, bevor ich sterbe und dann nichts geschafft habe. Pillenbörse. Ja, komm denn mit. Beat up. Ich nehme mal mit. Oh oh. Nicht in den Automaten, bitte. Da fallen nämlich dann die Winz... Oh. Lamparty. Lamparty und Lamparty. Wer braucht das noch? Ich nehme Lamparty mit. Hallo, geht vor die Party ab, Mann. Gut, das heißt, ich muss danach nochmal dahin gehen, um die zweite Lamparty-Pillette mitzunehmen. Und ich habe den... Stimmt, ich habe den Beutel jetzt aus dem Item-Pool genommen. Huiuiui. Ich weiß gleich reingelaufen. Aber noch fast. Ich war weit davon entfernt, da reinzulaufen. Nicht in meinem Ansatz habe ich... Ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Also... Malweise denke ich hier darüber nach, ob ich reinrenne und Schaden nehme. Aber da... Sonst weiß ich mal nicht. Das ist doch alles gelogen, aber... Sagt es keinem. Ist ja nicht so, als wenn ich so für tot werde. So, und nach rechts. Gehst du, Kusch? Du kannst ja gar nicht weggehen, ne? Wie ist der überhaupt da hingekommen, ich meine? Der kann man nicht hin und der kann nicht fliegen. Der cheatet. Hallo? Wo ist denn der Anti-Cheat-Schutz hier? Voll versagt. Jetzt kann ich an die Wand gehen. So, ich habe noch Bomben. Was bist du? Oh, die Credit Card. Okay, ich muss nicht mehr zurückgehen. Die nehme ich dann nachher für den nächsten Raum. Ah, was tue ich denn? Will ich denn noch eine Credit Card? Weil ich drücke die falsche Taste. Nein! Ich sollte vielleicht langsam mal die richtige Taste drücken. So langsam wird es mal Zeit, dass ich das tue. Und die hält natürlich außerhalb des Scheiß an. Gab es noch was Gutes im Shop? Hm, ich überlege gerade. Ich glaube, ich muss da noch mal hinlaufen und nachgucken. Tut mir leid. Aber ich muss das jetzt tun. So eine Credit Card lässt man nicht. Ich glaube, da gab es noch ein blaues Herz, ne? Necropolis. Jetzt hier ist der Schatz-Speed-Up. So, den Kopf wollen wir definitiv nicht mitnehmen, aber... Den Nagel nehme ich mal mit. Moment, kann ich das noch mal aktivieren? Ne, habe ich schon, naja. Temporäre Dämon-Form. Ich glaube, die will ich haben. Lohnt sich hier natürlich nicht. Aber ich habe genug Herzen und... Wickel, wickel will ich immer noch nicht. Lohnt sich jetzt halt hier nirgendwo zu benutzen. Um mal gut einzukommen. So, ich könnte auch die anderen Räume machen, aber... Nö, nö. Nö, nö. Ich trete noch den Stein her platt und dann... Halt, wo will ich denn hin? Da geht es gar nicht lang. Ich will in die Wand laufen, verdammt. Ich mag die Wand. So, jetzt drücken wir auf dieses Mal vielleicht die richtige Karte und nehmen noch ein bisschen Zeug mit. So, und hoffentlich gibt es in den unteren Shops noch irgendwas Gutes. Wahrscheinlich kriege ich jetzt noch einmal Creed irgendwie. Und dann bekomme ich noch irgendwie den Steam-Sail. Die ich mir dann gratis holen kann. Toll. Ich hab den Nagel. Den schlag ich dir in den Kopf. So, Credit Card und abwärts. Charge it, yes. Ich bin schon ganz unten, oder? Warte, willkommen in Necropolis. Was wir gerade freigespielt haben. Überraschend. Nicht. Irgendwo kommt mir das bekannt vor. Ich will es immer so freundlich sein, auch in die Stacheln zu rennen. Zu boosten, zu was auch immer ihr da tut. Sollen die Stacheln mal so freundlich sind, zu töten? Danke. Äh, was, was tue ich denn? Ich will auch voll in die Stacheln rein. Oh, ist ja das ausgetauscht, das Item. Das andere würde mir ja gar nichts mehr bringen. Hier soll ich es vielleicht benutzen. Schwarzes Herz. Karte, die was macht. Damit käme ich natürlich in den Shop. Nein, damit komme ich in den Geheimraum. So war das. Und noch mehr Geld bekommen, das ich nicht mehr brauche, weil ich habe die Credit Card. Und der Itemraum ist zurück. Ey, der Geheimraum ist gleich da unten. Wir kuscheln da ein bisschen. Ja, sie verlieren sich. Wie auch immer, zwei Gesichter das machen. Können den Nagel benutzen. Hörst du den Nagel? Nee, ich glaube nicht. Nee, jetzt noch nicht. Das ist noch zu früh. Ist nicht der richtige Ort, um mein Fahrrad zu benutzen. Falsches Spiel. Naja, so kann man den Gegner auch ganz schnell töten. Man tötet sich selbst. Also, wenn euch jemand mobbt oder so, dann tötet euch einfach mal selbst. Das wird ihn dann richtig vernichten. Oder schneidet euch ein paar Stücke vom Körper ab. Das reicht natürlich auch. Was ist jetzt?